Lehm! 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 Bärer! 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 Dankeschön! Ja, wundervoll hast du dich gemacht. Danke, dass du da bist. Komm her. Stehst du noch? Ja, in Stadtbäcker stehst du schon, aber du musst noch hoch. Bärer! 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 Äh, Führteufel? Das sind Führteufel. Keine Frage, ob es ein Führteufel sind. Leute! Soll ich mal lügen? Kannst du wieder mal eine Hexe... eine Hexe kriegen? Aus Bötzingel. Aus Bötzingel! Ja? Genau. Geile Wein. Was? Der beste Wein überhaupt. Der beste Wein überhaupt. Das sind Steinbruchhexen von Bönsingel. Und wir begrüßen Sie im Warenhof. Dreimal Steinbruchhexen. Steinbruch! 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 Ja, ihr könnt das ja wunderbar. Hey, hast du schon mal unser Gütegel drum? Warte mal schnell. Unser Gütegel. Ich hab einfach die Beste. Stimmt's? Tobi, ja mal. Machst du noch mal schnell eine? Hallo! Gehen die gehen nicht jeweils einher. Und als nächstes dürfen wir die Bücherle Grünerhexen von Tudlinge. Tobi uns recht herzlich begräsen. Und ihr Naharmölf ist natürlich klar. Träuter wächst. Warum gerade mal? Träuter! 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 Tobi! 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.